Ich habe ein Problem. Wir haben super schönes Wetter, aber ich habe auch einen super schönen Vlog, den ich schneiden muss. Und da ich noch immer mega langsam bin oder da es einfach verdammt viel Zeit kostet, so ein Video zu schneiden und es 18 Uhr ist, habe ich heute noch kein Video gedreht. Für morgen dann oder für, ich weiß nicht, auf jeden Fall für diesen Tag noch nicht. Aber da ich viel zu oft in meinem Zimmer sehe, habe ich mir gedacht, gehe ich zu dem Ort, wo Leute extra aus China kommen, um diesen Ort zu begutachten oder zu erkunden. Wie auch immer, ihr werdet es gleich sehen. Die Stadt, in der ich lebe, namens Weil am Sein, ist auch bekannt als Weil am Sein, Stadt der Stühle. Und jetzt ratet mal, warum. So, und der Grund, warum wir hier draußen sind, ist, weil ich euch die Challenge verkünden möchte. Wie ihr vielleicht wisst, beschäftige ich mich zur Zeit mit der Meditation. Im Prinzip geht es in der Meditation darum, dass du, egal was du machst, dir immer bewusst bist, dass du diese Sache machst. So, und die Challenge lautet, ich wette mit euch, dass ihr es nicht schafft, fünfmal euch dabei bewusst zu erwischen, dass ihr aufsteht. Also, das heißt, das Ziel ist es, dass ihr fünfmal bemerkt, wenn ihr dann zum Beispiel gerade am Sitzen seid, dass ihr sagt, ah, okay, ich stehe auf. Aber es gilt natürlich nicht, dass du es nach dem Video sofort machst, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, sondern einfach wesentlich im Alltag. Das heißt, wenn du am Schreibtisch gerade keine Ahnung was gemacht hast, gelernt hast, gekocht hast, am Esstisch und du danach aufstehen möchtest, musst du es versuchen, dabei dich zu erwischen, okay, jetzt stehe ich auf. Und wie gesagt, beim Meditieren geht es darum, dass du eben die Sachen bewusst machst. Wie auch immer. Und das soll eben eine Übung sein, um das zu trainieren. Und ich habe es heute versucht, aber ich habe es nicht ein einziges Mal hingekriegt. Außer halt jetzt, wo ich es gemacht habe. Aber das gilt nicht. So, aber jetzt heißt es, wir sehen uns hoffentlich morgen zu einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.